So, wir sind hier auf der Spiele in Essen und ich habe ein besorgen Gast dabei, nämlich CKF Phoenix aka Apoche des Yu-Gi-Ohs. Ja, und wir dachten uns, wir machen heute wieder ein Duell und zwar mit unserem Battlepack 1 Decks, die ziemlich retro sind und ziemlich cool. Haben wir ja bereits schon mal ein Duell gemacht. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein ins Duell, oder? Alles klar. Zeit für ein Duell. So, dann müssen wir auf ein gutes Spiel. Hoch fängt er an. Oh, 6. Kommt schon, Mann. Oh, 2-0. 3. Perfekt, okay. Ja, ich fang an. Alles klar, dann gutes Spiel. Spiele nur mit 5 Karten, Starthand. Ein mit 6 Karten. Ne, 5 Starthand, da hast du nur Drawface. Ja. Gleich taktische Verunsicherung. Also, die Might Games, okay. Seid ihr euch das mal aus der Show lassen? Wer immer. Also immer, ja. Eieiei. Also, Set. Auch wenn Konami wird man nicht echt, ey. Set. Und dann darfst du. Ja klar, oder? Machen wir mal gucken. Dann fange ich mal richtig oldschool an. Und zwar? Brecher Magischer Krieger. Oh. Ist das okay? Ja. Ich kenne nur den Karten, oder? Ich kenne nur den Karten, oder? Defekt, Schuss. Das war MST. Ja. Schon mal gut. Äh. Ja, und Paddle Face Attack. Ja, den würde ich gerne mitnehmen. Autsch. Night Assailant. Aber. Ich henne auch eine Seten. Du bist dran. Alles klar. Okay. Äh. Wir kommen wieder zu diesem Part, okay? Was kommt jetzt? Ich aktiviere Einsatz. Was? Nein! Nein, 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 nein. Wir zeigen beide eine vor, ne? Wir zeigen beide eine Karte aus unserer Hand vor. Und derjenige mit dem höheren Level, äh, darf sie behalten. Und der mit dem niedrigeren Level muss die Karte abwerfen und kriegt 1000 Schaden. Okay. Also dann. Hast du. Ich hab gewählt. Ich auch. Aber wir müssen sie abwerfen dann, ne? Ja, wir müssen sie beide gleichzeitig vorzeigen. Okay. 1, 2, 3. Was? Was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Äh. Gar nichts. Was? Nein! Was? Da steht nur, falls einer ein höheres Level hat. Lol. Einfach minus 1 für dich? Oh, Junge, das tut doch weh. Ja, aber ich hab Injektionsfehler. Bam. Ah, okay. Das will ich nicht. Da musst du. Und meine Hand ist so gut, ich will, aber ich weiß nicht was es ist. Du bist drin. Das stimmt fest. Zum Glück habe ich noch eine weitere Injektionsfehler. Ja, komm. Ja, komm. Ich muss halt, ne? Ich treffe zu viel Schaden. Du zahlst 2000, ne? Und ich krieg 3000, ne? Ja. Kommen wir in den Damage Step? Nein. Okay. Verlieren wir beide 400. Dann sind wir bei 7600. Du bist. Oh, Toptik! Kann zwei? Ja. Hast du Link und du? Es tut weh, aber es muss sein. Wow. Okay. Aber. Okay. Bumm. Ja. Du hast einen neuen Schaden. Du hast schon zwei, drei Schaden und dann bist du. Du bist. Du bist. Du bist. Ja, komm. No risk. No fun. Der alte Mann sagt nein. Nein! Ich hab Angst gehabt vor dir. Oh Gott. 2, 3. Davon die Hälfte. Gut, dass wir nicht aufschreiben. Ja. Warte mal, Alter. Ender haben wir. Warte mal. Ich hab 1,9 gefressen. Und 400 von Ring. Und ich 5,7. 2,7. 2,7. 2,7. Minus 400. Minus 400. Minus 400. Minus 1900. Und dann geteilt bis 2. 2,7. 2,7. 2,5. 2,8. 2,8. 2,8. Mach das bisschen länger her. Was? Ja, warte festeck. Ich dachte ich hätte so Angst vor nächlichen Angreiber. Ja, du bist dran. Du bist. Oh! Kein Wunst du? Ja Leute, das war das Match, bzw. bei mir nur das Duell, falls ihr den Rest des Matches sehen wollt nämlich, müsst ihr zu CK Phoenix rüber gehen, da haben wir den Rest gespielt und ich hoffe das Video hat euch gefallen und vielleicht war es ja nicht das letzte Duell zwischen uns. Eventuell. Einen schönen Tag, bis dann.